moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen peilabglisch zeigen und zwar leute habt ihr hier unendlich munition weil ihr auf einer munitionsbox steht wie das ganze funktioniert zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr hierfür ins wohnzimmer leute geht hier auf die treppe da wo ich drauf springe springt hier drauf und jetzt müsst ihr am rand von der munitionskiste drauf springen ganz wichtig leute wenn ihr rüber springt dürft darf euer kopf nicht die decke oben berühren und wenn ihr das dann richtig gemacht habt dann versammeln sich die zombies auch alle über euch wie ihr seht leute könnt ihr hier einfach munition nachkaufen so ich habe das jetzt gemacht ohne den strom einzuschalten in runde 3 weil ich das video einfach schnell aufnehmen wollte aber ihr könnt natürlich pecker punch aktivieren ihr könnt die wunderwaffen nehmen ihr könnt ihr sogar den ziel 4 glitsch benutzen leute so wie könnt ihr sterben und zwar der megatron der kann euch töten also nimmt lieber den feuerring mit damit ihr den megatron schnell down bekommt und die hunde werden euch auch damage geben sofern ihr den strom schalter angeschaltet habt aber macht euch keine sorge bei den hunden weil die werden euch nicht töten ihr werdet zwar schaden bekommen aber down kriegen die euch nicht so ansonsten war es mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten video